Ne, das ist die zweite, ne? Ja. Ja, komm, erst das Ding kaputt machen. Ah, ein bisschen Lootenkümer auch. Ah, jetzt set. So. Ah, schließt Karate. Ah. Ein bisschen Loot schadet nicht. So, ich bombe jetzt aber mal mit dem... Kette. Kette braucht kein Mensch. So. Ja. Meinen Loot noch abholen und weiter. Die hier vorne, die kann man sitzen lassen. Die sind immer saufen und... Und nicht böse. So. Einfach reinbomben. Na, macht er dann Mönsteiler. Ey, im kleinen Bereich ist es ja einfacher, als die Idee mitzukommen. Ich glaube, wenn es wieder größer wird... So. So. Haben wir alles mal schön raus. Was? Ich hab doch hier auf dem... Auf dem Tank gehalten. Gab's ja Loot? Ja. Da gab's Loot. Ja. Da gab's Loot. Na, hat unserem Mönchchen ein bisschen was zu tun, wa? Ja. Ich möchte... So, immer in die Mitte. Und dann gibt's da die Quest. Danke. Danke. Weiter. Dächi. So. Irgendwas schön drauf. Ola, faules Stück. Äh, der muss halt auf seinen Heiler warten, ne? Oh, ich glaub hier... ...mach ich mal... Oh. Jäger, du bist ein, äh, ja. So, jetzt kann ich auch Bomben. Jetzt ist egal. Mal gucken, dass ich gleich noch mal zum Tanzen komm. Am besten, wenn ich gleich hochkomme. Oder endlich mal absteige. Oh, oh, oh. Jetzt hat er den Boss. Oh, oh. 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 Oh, du hast ja schon zu tun, va? So. So. Und jetzt down. Oh, oh. Oh, oh. 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 Oh, oh. 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 Oh, oh. Oh, oh. 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 Oh, oh. 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 steht auf das bringt euch mal gar nix so und weiter so jawoll stoffhelm habe ich einen kopf da habe ich mal dezentes nie drauf hat schon immer das schwert reingedrückt ja ja das schwert brauchte ich ja nicht aber die kappe wollte ich haben holt auch raus